ein Projekt zusammen mit dem Johann Juncker so äh ich hab jetzt bisschen später aufgenommen deswegen noch mal die begrüße von mir hi hallo und wir spielen auf einem kleinen Vanilla Server auf der Vanilla ja auf der Version 1.8 und wir sind gerade erst mal plus zu zweit drauf und es werden Leute noch dazu kommen Alter ich kann hier nichts abbauen warum ja keine Ahnung guck ich kann kein Gras abbauen du kannst nichts abbauen wieso kannst du das aber ich nicht weil ich atmen bin abgehoben ja hm was ist das für ne Scheiße jetzt mal ernst ja so jetzt kannst du auch was den krieg ich den krieg ich nö boah jetzt kann ich sogar was abbauen das ist aber was ganz besonderes ja 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 eine Stelle eine Stelle das ist wollen wir gleich mal nen Fight machen nein 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 ganz serious nein achso wir werden wahrscheinlich auch nicht alles aufnehmen so mal offscreen zum Beispiel auch mal farmen gehen oder so sowas halt offscreen machen naja das bekommt ihr aber schon mit ja eben ihr werdet das mitbekommen ja ja das war meine ne 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 abgehoben wie gesagt ne ja abgehoben ich war das nicht ich war das nicht ok lass einfach mal in den Sonnenuntergang reden ha 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 block hit block hit äh lass einfach ich hab jetzt romantisch ach ja du kriegst du jetzt von Schabenfleisch na ganz toll lass einfach romantisch in den Sonnenuntergang reden äh äh nö doch doch wir machen das jetzt nö ich will nicht die süchten Schafe du romant mhm 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 eh schon ich brauche mir erst mal ein Bett du hast schon zwei Wolle ich hab drei Wolle abgehoben hihihi guck mal was Alter ich hab ein halbes Herz geil echt? bleib mal stehen ich will ich will ich muss eigentlich gar nichts machen soll ich wenn du einfach nochmal runterfällst und ich denk das passt jetzt und so nö nö wohin rennen wir Alter meine sinnlosen Fragen hihihi oh Sonnenuntergang ach romantisch hm ich find das ist übisch romantisch das ist so wunderschön ohne Schäder mhm hm 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 fern ich glaube ich für die Version jetzt ist aber scheiße nein nur 1 8 geil ist, geil ist, Alter lass mal kurz pennen, okay? ja, ich guck dir zu richtig sinnlos, ich hab zwar kein Bett, aber lass mal pennen dann mach die 1, Alter ja, klar wetten wir, ich fäh jetzt übelst, weil ich glaub ja, cool, gut, gut gute Nacht, ja, Mann mein Haus, Alter wetten wir, ich fahr recht jetzt einfach in den Türen, weil du nicht gebracht ich erzähl dir jetzt eine gute Nachtgeschichte nee, so spät, scheiße weiter, 2 Eingänge, ist ja richtig fortschrittlich hier guck mal, ich kann dir auch voll helfen, guck warte lass die Scheiße doch mal, Mann scheiße meine Tür, meine Tür ja, nein meine Tür meine Alter du bist nein, Leute guck mal, ich hab zwei bring dich um guck mal, was ich denn jetzt hab, ey, guck mal guck mal her jetzt kommst du mit OP ja 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 guck, ich leg dir sogar alles fein hin so hier bekommst du noch eine Schaufel, noch den Scheiß Alter baue ich hier irgendwo mein Baumhaus Baumhaus du wirst nie erraten, wo mein Baumhaus ist ja ich hab direkt Kohle gefunden abgehoben oh, hör auf, bitte bitte hör doch bitte, oh so ich hab drei Pilze gefunden wirst du neulich nein und ne rote Blume jetzt schon jetzt schon nein, weil ich auch ne Blume hab ich sag mir jetzt mal nichts, okay ne oh bin ich gleich da rein ich hab noch ganz gesagt, Alter was ne 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 das fängt schon gut an ich bin schon Level 2, Alter ich bin schon Level 0, Alter ich hab gleich meine verzauberte Dia-Rüstung und dann bist du am äh Alter Yo, Benchmarking mhm haha so hab ich schon erwähnt, dass ich zu dumm bin, ne Leiter zu craften ja gehen die jetzt anders so draus? ne, ich hab's geschafft ich war nur ich war nur generell zu dumm, weißt du? warum liegt hier ein Bett? ja, dann hast du jetzt mein Bett, gib immer mal meine Sachen wieder, ne? ach ja, musst du mal herkommen ja, lai ich brauch mal mein Haus ich auch voll das Haus, Alter, ich brauch mal einen Ofen Alter dass ich mal hier Fleisch machen kann, weich Fleisch? Fleisch? weißt du, mit Koriander? ja, mit Koriander mit Koriander ich einfach so haben wir haben wir naja, dann kannst du aber eigentlich auch schon die Attacke machen aber Muskeln, Alter Muskeln sind immer das Beste, was man irgendwie kriegen kann zu essen kannst du ja auch gleich Würzfleisch machen ja, was denn? ja bin ich wieder voll gefressen ja, wie immer halt, ne? ja, man oh fuck ok, ich hol jetzt erstmal meine Sachen ab wetten wir, ich bin dann zu dumm, diesen einen Baum zu finden? ja, das geht das lässt sich aber schnell ablauen was bist du? bist du Granit oder bist du Andesit? du bist Diorit was willst du von mir? du hast einfach überhaupt keine Planung jetzt gib mir mein scheiß Bett, Alter und, 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 und den Atten kack nein du wolltest mich grad umbringen, ich darfst du merken, ja? was hattest du? ja, ein Schwert, ne? und so eine Pickaxe und noch ein bisschen Holz guck mal wunderschön Alter, wo ist dein KFC-Skin? KFC? Ja, Mann ich hab so neuen Skin, ne? gib mir, gib mir meine Spitzhacke ich hab keine, ich hab bloß meine ja, ja, ja jetzt kommen die aus du kannst dir den Beweis in der Folge angucken ja klick geil ja oh geil, ich hab sogar den Baum wiedergefunden oder? ja, ich hab mal irgendwas geschafft ich hab irgendwas geschafft ich bin so gut ja, raus aus dem Projekt hast du was geschafft pfff, alter das Projekt ist was für nichts, Schaffer ich wohne jetzt hier erstmal wie nenn ich ihn mein Haus, Fotze schöner Name ich nenn meins Rudolf 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 ist geil ja, 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 ja Rudolf? Rudolf dann auch nein, nein, ich hab was besseres warte mal, irgend so was scheiße kreatives wie heißt das? wie heißt der eine Winkel nochmal? Peripherie Winkel? jetzt nicht, aber hier ähm, Zenitwinkel oder sonst schon warte, warte, warte nein, wie heißt das jetzt? äh ja du weißt, was du mein, ne? was? du weißt, was ich mein ja, ja, du weißt, was du meinst ach man, wie heißt das? hey, Junge, warum kommen wir denn nicht da zentrifugalwinkel an? ja, weil so mein Haus heißt mein Haus heißt jetzt zentrifugalwinkel jo, alter Herrschuss, der wird sich freuen ja, erzähl ich dir auf jeden Fall ja, Mann, alter ich spiel jetzt so ein Spiel am Computer und das sind ganz viele Hacker ja, okay, da muss man ja, man muss man wissen, ähm wenn die Hacker angreifen, bist du am Arsch da muss man wissen, ähm, viele Erwachsene sind jetzt nicht so vertraut mit Englisch und da sind's halt jetzt Hacker, ne? du kannst doch nicht sagen, dass der nicht Englisch kann das kannst du nicht, ich töte dich gleich ich sag ja nicht so, wenn die Englisch kann ach, ich seh schon, alter Schulverweis Lästerung im Internet über deinen Lieblingslehrer ach, oh Mann, Alter, ich bin fast tot, lass die Scheiße hey, what the fuck, ich hab dich einmal geschlagen, Alter ich bin, what the fuck, ich hab, ne, egal so, ich mach' mir jetzt die Perze aber dann kann ich nicht oh, Blumen, Blumen sind hässlich geb' mir was zum Essen, du hast auch mein Fleisch aufgesammelt guck mal guck mal her guck mal her, guck mal her guck, guck mal her guck, guck, guck mal her nicht wegmachen naja So, ich geh jetzt erst mal Koriander fahren. Koriander, hm. Ja, klar. Boah, Alter, ich werd so verrecken, aber egal. Ich mach mir erst mal alles aus Stein. Ja, ich mach ein Baumhaus. Ja, klar, mach dir alles aus Stein. Ja, ich mach mir erst mal meine Werkzeuge aus Stein. Du weif! Nein, weißt du nicht. Ich werd doch. Was ist das eigentlich für Holz? Bruce Wood? Geil. Weißt du's auch auf Englisch? Ja, klar. Bin auch zu faules umzustellen. Nein, ich bin nicht zu faules umzustellen. Ich finde es einfach scheiße auf Deutsch, weil die, glaube ich, die hatten in den Cobblestone, haben die, ach, scheiße, es hab' mein Fernes gebaut, weil ich da gar nicht wollte, mir nicht festzubauen. Ist gut, ist gut. Ja, auf jeden Fall, die wollten den Cobblestone, wollten die einfach eiskalt äh, Dings nennen. Ähm, also die haben in Deutsch, in der deutschen Nation von Minecraft, heißt jetzt der Cobblestone... Warte, wie? Stein. Stein heißt der. Bin ich mir ganz sicher. Stein. Nein, heißt der nicht. Nein. Alter, ich... also... Nein, der heißt Bruchstein, Alter. Bruchstein. Also, ja, und diese scheiß Erde hier, das nennen sie Erde, wieso nennt ihr das nicht einfach Dreck, Alter? Ich meine... Jetzt verstehe ich wieder nicht, ey. Ich meine, sie soll das einfach Dreck nennen und das war's. Dreck. Oh, das ist jetzt hier meine Bude. Die ist richtig cool. Guck mal, meine Bude, die besteht grad aus einer Leise und einem Baum. Voll innovativ, Alter. Aber echt, ne? Aber echt. Aber echt. Wo ist der Kackarien? Ist voll unauffällig. Ach, nein. So, Alter, mein Bett? Du hast schon nen Bett? Mein Ofen? Nein. Oh, mein Gott. Mein Dreck? Du bist schon... Oh, nicht so. ...at night. Dirty. Dirty, dirty. Ich bin dirty! Und wer bist du? Ich bin kinky! Ich bin centrifu- Ich bin der Centrifugal, denke. Ja, gut. Ja, hm, gut, ne? All ich centri oder was? Oh, mein Leben macht keinen Sinn. Ich weiß. Naja. 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 Egal! Juck mich nicht. Ich geh jetzt mal auf Erkundungsdruck. Was willst du denn nun erkunden? Keine Ahnung. Die Umgebung! Nein! Ach, Mann. Ist cool geworden, finde ich. Ich bin einfach mal vom... Kürbisse! Boah! Bist du hart. Also, wir können uns, wenn wir jetzt noch Hühner finden, können wir uns ne Kürbisfarm machen. Boah! Ey! Okay, das ist... Ich hab ne Höhle gefunden! Das ist jetzt mal kein Scherz! Ich hab ne Höhle gefunden! Jo! Abgehoben! Ich hab Samen gefunden! Äh... Ah! Komm mal zu mir! Ich bin... Franziska heute mal schön gedisst, ne? Das war geil! Der dreht sich da immer so und so und fragt sie so... Waaah? Ja! Komm mal zu deinem Haus, dann siehst du mich! Warte mal! Fällt immer grad auf, ich hab grad auf dich irgendwo in der Nähe Hühner finden, ne? Das ist bloß Schafe! Schafui! Schafui! Ich hab auch ne Höhle gefunden! Mein ist geiler! Äh... Weil meine aussieht wie eine Fotze! Ja! Guck mal, seht ihr das, wenn man das hier abbaut, ist so richtig der Back! Ja, das sieht aus wie so ne Blume! Lustig! Ja! 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 ich aber auch nicht so da oben die komischen ich bin zu tun jetzt ist auch voll komplett erlaubt ich hätte ich hätte so gern Bogen das glaubst du gar nicht h 8 macht zurück geiles Haus ja hübsch ne guck mal nee doch ne ich hab gar keine Materialien Bist du so bist du tot bist du tot nein ich will das mal den Creeper da hinten das war irgendwie nix das leid der äh ich will jetzt den Creeper wenn du stirbst nämlich deine Sachen das weißt du ne stirb 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 du hast den Steinschweb aber nicht schlagen ich schlag dich doch nix nur wenn du stirbst ne und bam get down direkt mal zwei Flasspulver boah toll nein ich tu dir gar nicht die Materialien wegnehmen nein hat wer Kohle in ihr ne ja 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 mann ich hab Fackeln hier ja 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 warte mal ich nehm ich mal hier noch den Ofen mit ne ok aber ich finde es voll geil dass die Texturen in dem in 1.8 alle so geil 3D sind sag ich mal ehrlich sein ich seh keinen Unterschied nicht echt nicht so du hast keinen Texturen drinnen ne ne ich hab gar keinen Texturen drinnen ich hab eins ich mach mir keils rein ich mach mir ja immer nur Shader rein weil das war's ich find Svex eigentlich scheiße weil Svex ist halt Svex ne ja hat kein Svex mehr ne halt keinen Svex ausgelutscht aber eher so wie du ja ich das ist halt immer noch das Beste was du für die Version nehmen kannst ja es gibt ja noch nicht so viele dachte ich oder Nein, eben. Das ist ja auch das Einzige und das Beste. Wenn ich jetzt nochmal von meinem... Kannst du? Ja, ich kletter grad hoch. Das Problem ist, wenn ich jetzt runterfahre, bin ich am Arsch. Ich schlafe. Warte mal, du kannst gekickt werden wegen Spam. Ich bin admin! Das kann doch der admin. Ich heiße Marvin. Ich auch. Abgehoben. Oh mein Gott. Erstmal ne Vorkbank. 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 Nein, bist du gut. Ja, alles, danke. Danke, ange! Ich muss sagen, das sieht zwar scheiße aus, aber... Immerhin was, ne? Nee? Ja, klar. Alter, wenn ich was verstehe, schreie ich jetzt immer so übelst rum. Erstmal ist Tripp... WAH! Und Eisen. WAH! Direkt mal Eisen gefunden, Alter. Abgehobene. WAH! Mach mal. Ich mag's. Ich nicht. WAH! Bin schlau. So, aber save the world. Merkbusters, Kinder. Save the floor. Sag verheiratet. Sag verheiratet. AAH! Danke. Ja, Eisen. Guck mal, ich hab Holz. Bist du neidisch? Nein. Mann. 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 Du, 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 du. Du Holz. Ich fahr mit mir ne Eisenrussi zusammen. Ja. Und was nützt dir die Eisenrussi? Und hier. Ja. Und was nützt dir das? Meine Sachen behalten. Ich mach mir den Eisen weg, Alter. Was nützt dir das? Dann bin ich dich endlich mal los. Und was nützt dir das? Time to mine, Alter, Digga, uuuh, time to mine. Da, ich bleib mal richtig abgeräumt, so, ne? Ich weiß nicht. Oh, ein Kripa. Kripa, Kripa. Kripa. Ja, fuck. Äh, war das gerade in meinem Haus? Nein. Ernsthaft? Nein, das war nicht in deinem Haus. Mann. Das Geile war, das ist ja wirklich nicht in deinem Haus, aber. Nein. Na. Jetzt geh ich gucken. Satz, und drüht, 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 drüht. Mal schon eine kleine Frage. Wie viel Eisen hab ich? 13 Eisen, läuft. Wie viel Eisen hab ich? 0 Eisen. Läuft. Wie viel, wie lang wirst du eigentlich Folge eigentlich machen? Keine Ahnung, wie lange nehmen wir auf? Äh, 20 Minuten. Oh gut, dann können wir mal aufhören, ne? Jetzt freuen sich alle. Ja, jetzt freuen sich alle, Alter, endlich mal, endlich mal Schluss hier, ne? Oh mein Gott. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like da. Like da. Ja, beim Kripa. Schaut auf jeden Fall mal beim Johan vorbei, ne? Tanana, Johan, Junka. Ja, ja, sorry, ich kann nicht mehr wechseln. Oh mein Gott, in der Scheißhöhle sind scheiß viele Dinger. Ich verkacke. Bin mir sicher. Okay, gut, dann. Ich renne erstmal schnell weg von diesen Vier hier. Ach, nicht gut. Ja, ich beende schon mal die Aufnahme. Ja, 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 ich verabschiede mich dann nochmal. Wir sind einfach mal eiskalt zwei Kriper. Kriper, ja, Kriper. Alter, ich bin fast tot. Ge weg, ge weg, ge weg, ge weg. Ach, ich hab keinen Optifine. Ge weg, ge weg, ge weg. Okay, 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 ich hab das Gefühl. Nein! Okay, und ein fröhliches Aufwiedersehen.